Hallo zusammen, wie ihr hier schon sehen könnt, unsere neue Camo Hip-Bag bzw. Bauchtasche, die möchte ich euch kurz vorstellen aus der neuen Camo Range. Das Highlight ist sicherlich das große obere Fach, wie ihr hier sehen könnt, schon zwei Tackleboxen. Übrigens, die zwei Tackleboxen sind im Lieferumfang bereits enthalten, passen ideal für eine Größe in diese Tasche. Ihr habt Ordnung und ihr bekommt euer ganzes Tackle ideal untergebracht. Des Weiteren verfügt die Tasche oben über ein flaches Fach, wo ihr eure Dokumente und so weiter platzieren könnt. Im vorderen Bereich seht ihr zwei große Taschen, auch wieder für Tackleboxen, für kleine Boxen, für Ricks, was auch immer ihr hier platziert, sowie nochmal ein kleines Fach und mehrere Clips bzw. Karabiner, wo ihr beispielsweise Casher platzieren könnt oder auch eine Zange. Hier an der Seite habt ihr speziell noch eine Zangentasche. Zum Tragen selbst ist ihr nach Geschmack, ihr könnt es im vorderen Bereich tragen, sowie natürlich auch seitlich, um einfach bei Mangel die Hände frei zu haben. Die Gurte sind so ausgestattet, dass sie auch passen, wenn man eine Winterjacke trägt oder eine Wadruss anhat und passen so mit jedem. Das Besondere, das zeige ich euch hier mal kurz, wenn ihr was montieren wollt bzw. aktuellen Fisch abhaken wollt, irgendwas machen wollt und ihr Hände einfach, wenn man nicht frei haben müsst und nicht wisst, womit eure Rote hin, nicht in Dreck würgen wollt, haben wir hier eine große Schlaufe verbaut bzw. wie im Clip im oberen Bereich. Hier könnt ihr einfach eure Rote kurz reinstecken, diesen Clip hier schließen und ihr habt einfach während dem Arbeiten die Hände frei, ihr könnt die Montage binden, ihr könnt den Fisch abhaken und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt euch unsere neue Hip-Bag Bauchtasche Kamu Style jetzt vorstellen, erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. In diesem Sinne viel Erfolg am Wasser und dicke Fische.